Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Bauch und Rücken Spezialkurs mit den Wasserflaschen. Wir machen ein komplettes Workout, das ist kurz und knackig. Du kannst dir gerne Wasserflaschen als Zusatzgewicht nehmen, entweder leichte, ohne Füllung oder schwere, also große anderthalb Liter Flaschen. Such dir auf jeden Fall dein Level aus, wenn du natürlich Hantel zu Hause hast, auch gut oder einfach irgendwas schweres, womit du jetzt den folgenden Kurs machen kannst. Du kannst dir jetzt gerne deine Lieblingsmusik einschmeißen, wie sonst auch und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Training. Wir starten erstmal mit einem ganz kleinen Raw, was aber speziell für unsere Rumpf- und Rückenmuskulatur ist. Wir stellen uns hüftbreit auf, kreisen erstmal die Schultern, machen große Kreise, kannst gerne auch ein bisschen mit in die Knie gehen, Bauch ist angespannt. Sehr gut. Noch vier Mal kreisen, noch drei, zwei, eins. Große Kreise mit den Armen. Komm, schön hoch zur Decke und tief. Noch vier, drei, zwei, eins. Wunderbar. Wir bleiben außen. Einmal hier kleine Kreise mit den Armen. Rücken bis gerade. Ich zeige mich jetzt von der Seite ab und wir gehen jetzt langsam nach vorne mit dem Oberkörper und langsam wieder hoch. Nach vorne, weiter in die Kreise und nach hinten. Rauch ist immer angespannt, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Sehr gut. Noch zweimal. Einmal noch. Und dann richte dich wieder auf. Einmal Arme nach oben ziehen und zur Seite. Immer im Wechsel. In die Seite rein. In die Laterflexion. Zieh dich lang. Sehr gut. Komm jetzt zum Tempo. Zack, zack. Bewegung findet in der Wirbelsäule statt. Noch zwei, eins. Wunderbar. Ende von dem Körper. Beginn die Rotation. Hüfte bleibt in der Mitte. Nur den Oberkörper bewegen. Sehr gut. Noch zweimal pro Seite auch hier. Einmal noch. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir uns die Wasserflaschen. Wir starten mit dem Rudern. Hier neigen wir uns nach vorne, so wie eben. Sein Rücken ist schön gerade. Knie ganz leicht gebeugt. Und wir rudern erst mal schön langsam. Mit dem Wasserflaschen und den Ellbogen eng am Körper entlang ziehen. Schulterbrille hinten zusammenziehen. Einmal noch schön langsam. Und dann gehen wir ganz. Komm, zehnmal schön hochziehen. Neun. Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Wunderbar. Wir rudern noch aus. Achtung, ich zeige es. Von vorne. Zieh deinen Ellbogen über die Seite hoch zur Denke. Komm, zieh hoch. Schulterblätter schön zusammenziehen. Knack die Nusten zwischen den Schulterblättern. Jawohl. Komm, noch zehnmal. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleib in der Position. Nimm die Wasserflaschen an die Brust. Wir gehen ins Kreuzheben. Gestecktes Kreuzheben. Niesend leicht gebeugt. Drücken die Nase. Langsam tief und hoch. Tief und hoch. Wenn dir das jetzt zu leicht ist, kannst du gerne auch die Wasserflaschen weiter von der Körpermitte wegnehmen. Sonst wird jeder größer und es wird schwieriger. Komm, zehnmal. Auch hier. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und wir halten wieder unten. Kommen die Ausgangsposition wie eben. Einmal wieder die Arme ausstrecken. Stell dir jetzt vor, deine Ellbogen sind ganz fest fixiert. Und jetzt langsam die Wasserflaschen hoch zur Decke ziehen und wieder tief. Butterfly V-Brows, also Wien-Schmetterling. Die Flügel öffnen und wieder schließen. Kopf immer noch ein paar länger hoch zur Wirbelsäule. Zieh schön hoch. Komm. So langsam solltest du es auch im unteren Rücken spüren. Der hält nämlich die ganze Zeit gerade. Auch hier noch zehnmal. Die schaffst du. Hoch. Tief. Noch neun. Acht. Sieben. Noch sechs. Letzte fünf. Noch vier. Sehr gut. Drei. Halte durch. Zwei. Eins. Und wieder lösen. Komm nach oben. Schüttel einmal alles aus. Du kannst jetzt gerne auch mal ein bisschen in die Rotation gehen und deinen Rücken schnell plasten. Ganz kurz entspannen. Und dann kommen wir als nächstes schon eine Etage tiefer und zwar auf unsere Matte. Komm in den Vierfüßlerstand. Einmal. Das ist die Flasche unter dir bzw. in der Nähe für die nächste Übung. Nimm deine Flasche in die linke Hand. Wir gehen jetzt in die Bewegung mit der linken Hand und mit dem rechten Bein. Achtung. Langsam linker Arm, rechtes Bein aufstrecken. Und wieder in der Mitte zusammenführen. Langwachen. Und wieder zusammen. Du kannst jetzt gerne auch dein Ellbogen und dein Knie auch zusammenführen. Schön lang. Und zurück. Und jetzt gehen wir zehnmal ganz. Raus. Drei. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bleibe außen. Strecke dich nochmal lang. Hier tief und hoch. Zehnmal. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr gut gemacht. Wir wechseln direkt die Seite. Ich habe ja gesagt, kurz, aber knackig. Einmal Flasche in der rechten Hand, das linke Bein, langsam rausstrecken und in der Mitte zusammenführen. Langwachen und wieder zusammen. Zweimal schön kontrolliert, um reinzukommen. Bauch ist immer unter Spannung. Einmal noch. Mal dabei, wie gegen das. Kommt, zehnmal. Raus. Drei. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei mehr. Zwei. Einer. Wir halten außen. Halte nochmal ab und tief hoch. Neunmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder lösen. Gut. Okay. Du darfst dich jetzt auf den Rücken legen. Wir gehen in die Crunches. Bedeutet, du legst dich erstmal auf den Rücken ab. Füße sind eingestellt. Deine Wasserflaschen hast du über dir. Also ungefähr über der Nase. Halte sie aber bitte gut fest, dass sie nicht runterfallen. Wir spannen jetzt einmal ganz fest den Bauch an. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Wir schieben die Flaschen hoch zur Decke und wieder tief. Erstmal eine kleine Bewegung in den Crunch. Hoch zur Decke und tief. Hoch. Und tief. Sehr gut. Wirbelsäule bleibt immer fest. Und zieh dich hoch. Nicht nach vorne, sondern wirklich hoch. Sehr gut. Wenn dir das zu schwer wird, kannst du gerne eine Flasche abstellen. So. Zweimal noch schön langsam kontrolliert. Einmal noch. Achtung. Wir gehen schnell hoch und langsam tief. Hoch. Und ganz langsam tief. Hoch. Ganz langsam tief. Sehr schön. Wir arbeiten jetzt über den passiven Weg. Und das ist jetzt deutlich anstrengender. Gerade weil wir schon ein paar hinter uns haben. Hoch. Und langsam tief. Hoch. Sehr gut. Viermal noch. Noch drei. Langsam. Zwei. Und dann war einmal noch. Und wir schieben nochmal die kleinen hoch. Bleib oben. Schieb hoch. 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 Letzten zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr gut. Entspann dich kurz. Locker auch gerne mal die Beine aus. Die kommen jetzt nämlich gleich auch noch dran. Achtung. Die Beine einmal ausrecken zur Decke. Du kannst jetzt gerne erst mal eine Flasche dir in die Hand nehmen. Die Arme sind auch ausgestreckt. Bauch ist immer fest. Und jetzt lassen wir langsam die Arme und die Beine erst mal Richtung Boden ab und ziehen sie wieder hoch. Gehe hier maximal auf 45 Grad über den Boden. Das heißt, du musst jetzt nicht ganz tief gehen. Denn dann können wir es meistens nicht mehr über den Bauch kontrollieren. Also geh wirklich nur so weit, wie du spürst, dass du jetzt noch die Bauchspannung hältst und noch keine Bewegung in der Bibelsäule stattgefunden hat. Wenn du so eine Flasche hast, wie ich jetzt, also die jetzt nicht kaputt gehen kann und du traust dir das zu, kannst du gerne auch hier einmal die Flasche übergeben in die Füße. Dann wieder zurück und in die Hände. Schön im Wechsel. Komm. Hoch zu den Füßen. Tief. Und wir zu den Händen. Komm. Hier muss man nochmal ein bisschen höher gehen. Das ist klar. Halte durch. Noch fünfmal. Sehr gut. Letzten vier. Noch drei. Letzten zwei. Durchhalten. Einer noch. Okay. Und dann einfach. Sehr gut. Ich hoffe, du hast es genauso gespürt wie ich auch. Also mein Bauch meldet sich jetzt so langsam. Ich habe noch eine Übung für dich. Und zwar für die Bauchseiten. Hier hast du wieder die Füße angestellt. Und beide Flaschen in den Händen. Eine links, eine rechts. Wir heben einmal unser Brustbein an. Kopf und verlängern uns die Wirbelsäule. Die Flaschen sind jetzt auch abgehoben vom Boden. Und wir gehen jetzt mit der linken Flasche zum linken Fuß. Mit der rechten Flasche zum rechten Fuß. Die Flasche bleibt in der Luft. Gehe über die Seite. Schöne Wichse. In die Seite. Ziehe die Flasche schön rein zum Fuß. Vielleicht sogar zu den Fußspitzen. Dass du in die Kontraktion deiner seitlichen Bauchmuskulatur kommst. Kommt, auch hier noch zehnmal. Die schaffen wir. Pro Seite natürlich. Kommt noch acht. Sieben. Noch sechs. Letzten fünf. Halte durch. Das machst du super. Letzten vier. Kommt. Drei noch. Zwei. Und ein letzter. Wunderbar. Lösen. Stell die Flaschen ab. Beine einmal kurz durchlöckern. Das wäre schon geschafft. Wenn du möchtest, kannst du gerne jetzt noch eine zweite Runde starten. Noch mal vorspulen. Ansonsten kannst du gerne jetzt dich zu klein an diese Päckchen mal deine Wirbelsäule ganz sanft massieren. Und dich kurz entspannen, damit der Puls wieder runterkommt. Und ansonsten würde ich sagen, das war eine kurze, aber knackige Runde. War schön, dass du dabei warst. Und dann bis bald. Wunderschutz. Wunderschutz. Untertitelung des ZDF, 2020